Da ist auch einer Was wird das jetzt denn? Warte mal jetzt da schon wieder Und schon wieder eine, au Schon wieder eine Schlupf Das geht hier nicht mehr zu Ende Ich muss schon aufpassen, da steht runterfaller Ja So, lass hier alles mitnehmen Ja Hier haben wir noch Leitern Ach Gott, Schleitern Schienen Ja, wo denn Ach da Dann halt nicht Ich hatte jetzt mit mir spielen, aber nö Voll un-social-decker So Komm hoch mit dir Ja Oh lala Wo geht ihr denn? Ist das Ist das Licht Alter, das gibt es ja nicht Ich werde jetzt den Ausgang ergreifen Oh Oh, Sternennacht Ich glaube es nicht Wir sind wirklich draußen Juhuuu Oh, verdammt Ich Nö, ich gehe jetzt Und ich Ich hole dann Nee, ich gehe jetzt erstmal nach Hause 15 Diamanten dabei Wir haben 33 Level Jetzt geht es erstmal nach Hause Lalalala Lalalala Auf nach Hause Lalalala Auf nach Hause Auch wenn es nur Pixel sind Lass mich in Ruhe Lalalala Schön Vielleicht fällt ja noch eine Kuh auf dem Weg Als wäre es ja, mir fällt ja noch genau ein Leder Kuh, wo bist du? Zeig dich schnell Es wird hell Wie ausgestorben hierher Krass Mit der Höhle sah etwas ganz anderes aus Da ist alle 5 Sekunden auch was runtergekommen Schön, dass im Dschungel spawnen so wenig Monster Weil ich komme, spawnen vielleicht jetzt zu Tage kommt Dass man sich hier vollkommen ungehindert bewegen kann eigentlich Ist natürlich auch das Ganze erlaubt, dass er den Weg versperrt aber Überlaube als Monster So Ach so Ach so Ach na komm Hier lang Hier lang Hier lang Hier lang Hier lang Oh, wir sind noch im Sumpf Es ist nicht mehr weit Hoffe ich Du kommst Lalalala 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 wo sind jetzt meine haus hast du meine ausgesehen hast du danke ich weiß ich habe das mini web drin aber muss ja nicht sein so findet der hels wie bist du bist du helst möchte nicht gefunden werden ja ich sehe mehr wir machen alles richtig die klingel bis gleich so auch immer wie oft soll ich die aufnahme noch unterbrechen heute was hier ist los muss ich gerade richtung und ne quatsch muss ich nicht muss mehr die richtung flieg 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 es ist ja cool wenn es flugtränke gebe dass du eine gewisse zeit fliegen kannst ich bin scheiße wenn ihr dann voll in der luft bist denn so flugtrank vorbei er kann mir keiner erzählen dass das nicht chillig aussieht da drüben wir sind zuhause zuhause sehr schön sehr schön ich freue mich gerade dass wir zuhause sind und hoch mit dir 23 diamanten sehr schön sehr schön ich glaube ich sollte das alles ins lager einsortieren das wird sonst nichts so dann machen wir ganz kurz was war das warum habe ich ein skelett gehört sooo warte Erze Werkzeug Waffen Nahrung Pflanzen Drops Waffen Hintell Hattel 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 treadmill Dich Schienen und... Redstone... So... Dann also zieh ich erst mal ein. Also muss ich das Zeug loswerden? Stein... oder Erde haben wir auch nicht. Erde... 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 Was wäre? Werde Erde! So... Brauchen wir die Erze? Erze... Äh... Holz hat man hier... Werkzeu... Oh... Warte... Werkzeuge ist das... Das ist kein Werkzeug... Das sind Werkzeuge... Wo ist hier die Fackeln jetzt hin? Das sind Werkzeuge, das sind keine Werkzeuge... Ähm... Ah, das ist alles Holz... Holz, Holz... Sooo... Dann haben wir noch... Drops... Haben wir ja einiges dabei, zum Glück... Dann können wir das alles mal hier reinhauen... Das war's schon... Pflanzen haben wir auch einiges dabei... Nahrung... Ist doch Nahrung gell? Ja, Nahrung... Dann haben wir das... Erze... Crafting... aus Holz... Huch... Stein... Und... Was hab ich denn jetzt grade mit meiner Schreibschrift hier? Stein... Huch... Stein... Und... Was hab ich denn jetzt grade mit meiner Schreibschrift hier? Huch... Crafting aus Holz... Das sind das... Das sind das zum Beispiel... Stein und Eis... Das zum Beispiel... Bei Stein fliegt der Kies mit rein... Erde... Da fliegt meine andere Klasse... Ratsatzschutz rein... Was ich noch nicht zuordnen kann... Erze... Wow... Das war das für Geräusche... So, jetzt kann ich mich mal den hier nehmen und... Klups... Schuuu... Luuu... 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 So, dann kommt das alles da rein... Oh, dann kann ich den aufmachen... Und... Das alles da reinhauen... So... Das kommt ja noch rein... Und... Stein kommt natürlich da rein... Ne, cratsch... Doch... Ne, her... Ich habs nen Hochsteil reingelegt... Wollt grad sagen... Ja, was hab ich denn gemacht? wir haben noch schienen und mein kopf waffen haben wird das so dass wir schon das bleibt hier das kann ich auch behalten drops jetzt kommt man zu waffen mit rein und die bücher kommen mit zu was wahrscheinlich zuordnen kann so und dann tun wir den ganzen mist auch noch wegräumen ein bisschen vieles mist ist aber auch kein ding muss sie habe ich dabei die grünzeug habe ich dabei ist da rein erst habe ich dabei ist da rein stein habe ich doch nichts dabei holz auch nichts er habe ich gesehen habe ich dabei so da hat sich das so habe ich warum ist habe ich da reingepackt die fahrung der erde an erde 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 sammeltag kräftig aus holz und stein kräftig aus holz ist natürlich die kiste redstone noch mal ja noch und wenn man wird so kann ich eigentlich theoretisch sind ernst dazu pflanzen und zwar nahrung pflanzen nahrung werkzeug pflanzen blut blut den ob sie dann kommt da auch rein sandstein kommt da rein das kann ich behalten eigentlich ich auch behalten und damit hat man es dann auch schon bin ich gut bin ich gut und wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder liebe freunde der leichten nachtmusik wir haben die höhle hinter uns wir müssen noch mal zurück in den ganzen bist du das war beim nächsten mal aber auch vielleicht war es gleich am anfang ich weiß noch nicht und dann kümmern wir uns hier mal an die innereinrichtung und so damit dass die auch ein schönes zuhause wird bis dahin sage ich tschüss und gute nacht ich bin der fackelträger ich halte das licht nach oben oder auch nicht oder oder ich bin der Untertitelung des ZDF, 2020